Nein! Nein! Was? Er leckt einfach so rum und holt uns beide! Das gibt's doch nicht! Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Badwars. Heute mal wieder Team Fix mit Shadow Bear und Shadow Bear Rind. Hier, Shadow Bear Rind. Hallo, guten Tag mit dem Herz auf dem Bauch. Und Shadow Bear mit, ich glaub, einem Kreis oder so auf dem Bauch. So, was geht? Ich schreib mal Sagt und mal Hi. Oh, Smiley voll verkackt, aber egal. So, ja, ich hab mir gedacht, ich schlade die mal ein, machen wir mal kurz eine chillige Runde. 4x3, weil die schauen immer schön meine Streams und so, sind aktiv in den Kommentaren und so. Dann hab ich mir gedacht, ja, okay, dann schnapp ich euch mal und dann machen wir mal ein kleines Video. Es waren auch die Ersten, die mir was donated haben auf Twitch. Fand ich auch ziemlich cool. Coole Aktion auf jeden Fall. Nochmal Dankeschön an der Stelle. Danke, ihr zwei. Und sie sind schon direkt in der Mitte, Alter. Mein Team ist in die Batschen, ey. Okay, 5... Ja, okay, ich geh auch gleich in die Mitte rein. Machen wir mal ein bisschen Action, oder? So, geh mal hier drauf. Oh, shit. Oh, shit. Egal, ich hol mir einen Bogen. Ah, das war ein bisschen uncool. So, hier hab ich ein Gold vergessen. Und ich hol mir einen Bogen. Nice, Alter, dann sind wir ja übertrieben OP gleich am Anfang. Wenn ich nicht sterb. Ich glaub, Shadow Bear oder wer das ist. Shadow Bearin, keine Ahnung. Hat, glaub ich, auch schon einen Bogen. Shadow Bear. Shadow Bear hat, glaub ich, auch schon einen Bogen. So, zack. Ich hol mir auch mal ein Schwert. Oh, Alter. Kommt da jemand? Ich glaub, da kommt jemand. Ähm. Ja, aber nicht zu uns. Okay, sehr gut. Äh, der hält uns schon ab mit dem Pfeil. So, ich hab einen Bogen. Shadow Bearin ist gestorben, glaub ich. Ja, schade. Aber wir haben beide... Ja, easy. Wir haben beide einen Bogen. Das pack mal locker. So. Kommst du mit? Nee. Egal, dann mach ich mal ein bisschen Solo-Action. Äh, Blau ist schon tot. Ich würd sagen, wir gehen mal zu Gelb. Oh, wer ist da? Boah, da kämpft ein Gelber grad. Ähm. Und der letzte Blaue. Okay, der letzte Blaue wurde auch getötet. Sehr gut. Mein Team kommt mit. Alter, perfekt, Alter. Ohne was zu sagen. Boah, wie der lebt. Nein. Nein. Was? Er leckt einfach so rum und holt uns beide. Das gibt's noch nicht. Logo schmaluten, du alter Nach-Joyner. Was geht? Oh, wie du rumleckst, Jorgen. Okay. Das muss Rache geben, auf jeden Fall. Du leckst, ja. Hast du da. Haben wir richtig auch mit. Okay, ein bisschen Essen noch. Schneller, schneller, schneller. Und ein paar Blöcke ist noch. Scheiße, jetzt hab ich meinen Bogen verloren. Spam. Ich weiß nicht. Warum regt ihr euch alle über Bauspam auf? Es ist einfach so gemacht hier, dass man, wenn man einen Bogen hat und Endlichkeit hat, dann kann man den ja auch benutzen. Dann hat man halt Pech gehabt. Ist zwar ärgerlich, aber passiert, ne? Oh, der erste ist weg. Und ich hol mir das Gold. Weißt du was? Scheiße auf die... So, wir haben nochmal vier Gold. Sechs, acht Gold. Das wären zwei Bögen. Oder ein... Oh Gott. Ist der von uns? Gelb? Ne, wir sind nicht gelb. Wir sind grün, glaub ich. Okay, zwölf Gold. Mega nice. Ähm. Schau, dass die irgendwie safe oder so. Oh, dann mach ich mir... Ich mach mir... Ich kann mir natürlich, ähm... Okay, warte. Hab zwölf Golf. Also, ich bin ein richtig guter Goldspieler. Ich mach das mit Leidenschaft. Und ich glaub, ich schmeiß den mal vier Gold rein. So, hier hab ich schön vier Gold. Ähm, dann mach ich mir mal einen kleinen Bogen. Ein Schwert. Ein Dreierschwert. Eine Siemerbrust. Und dann sind wir unschlagbar. Fast. Fast unschlagbar. Außer wir werden runtergeschmissen. Aber dafür mach ich mir jetzt... Oh, Shadowbear, schau. Hier, bitteschön. Hast du noch vier Gold. Und noch Eisen. Alles klar, Tjillik. So, wir sind ja Teamspieler hier. Nur das Team kommt voran. Okay, dann schauen wir mal. Gelb ist auch schon tot. Halt zumindest das Bett ist schon mal kaputt. Rot ist unser einziger Gegner. Und die schauen nicht wirklich aus, als ob die was drauf hätten. Und wir haben schon wieder acht Gold. Alter, was geht da noch? Gerade hab ich ein bisschen Lacks gehabt. So, da unten liegt nochmal vier Gold. Ähm, Shadowbearin. Alles klar, ich komme. Ohoho, ein Ballspam, ey. Ohne Ende. Nice. Richtig schön gemacht. Okay, der kriegt mich nicht. Du kriegst mich nicht. Und tschüss. Boah, komm, 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 komm. Nice. Die haben wir. Alter, die noch umgekehrt sind. Boah, das ist gut. Die machen auch noch so ein... Nice, der ist tot. Die machen auch noch so einen billigen Block oben drauf. Das man einfach direkt von oben durchbauen kann. Okay, dann. Nur noch zwei gelbe umhauen. Die da drüben. Logo schon mal looten. Hast du dich umgenannt? Ne. Ähm. Ich kann mir noch geile Sachen machen von dem Gold. Aber jetzt ist es schon gleich vorbei. Fünf Minuten haben wir schon wieder gewonnen. Boah. Alter. Wo ist der letzte? Da oben. Dich kriegen wir. Pass auf, der haut mich jetzt direkt runter. Komm. Da ist er. Komm, ich will ihn töten. Nein, ich will ihn töten. Nein. Gigi. Sehr schön. Ah, ich würde sagen, wir hängen noch eine Runde dran. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bei der zweiten Runde. Mit Shadow Bear und Shadow Bearin. Die zwei Shadows. Die Shadow Geschwister. Okay, bis gleich. Tschüss. So, da sind wir wieder zweite Runde auf einer neuen Map. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe die Map schon mal gespielt. Aber ich glaube, das war im Stream. Ja, im Stream. Im Stream spiele ich öfter mal mit euch zusammen. Ladet euch einfach ein. Und dann machen wir einfach Schizzle mal Nizzle. Starten ein bisschen, ähm, paar Teamrunden. Ist immer ganz cool. So, jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich glaube, im Stream haben wir hier verkackt. Und mal schauen, ob wir dieses Mal die Map hier rocken werden. Ah, die Map ist ziemlich groß, finde ich. So, äh, im gesamten. Im gesamten Umfang ist die schon sehr kompul... Oh, was glaube ich, Alter? Sehr dick auf jeden Fall. Kompulent, genau. Das Wort hat mir gefehlt. Hm. So, boah. Da kommt gleich einer. Ähm, ich warte mal, bis er da ist. Dann klatschig genommen. Okay, er traut sich nicht. Sehr schön, gelbes Tod. Boah, der wollte zu uns kommen. What? Ich pack einfach dick. So, so, und den hole ich mir. Komm schon, wo bist du? Okay, wir haben hier ein Gold, zwei Gold. Boah, wir können das direkt wieder im Bogen machen. Ähm. Leute, braucht ihr Gold? Ich gebe euch mal Gold. So, wer Gold haben will, der kann Gold haben. So, schau mal hier. Zack. Bitteschön. Und ich würde sagen, ich gehe zu grün. Äh, gleich nach links. Weil da kommen gerade zwei in die Mitte. Die sehen mich nicht. Der eine zumindest nicht. Den kann ich hier runterspielen. Was? Nein! Oh Mann, so ein Scheiß. Oh, schade. Wer einfach nicht geflogen ist, glaubt er ist irgendwo hängen geblieben. Scheiße. Oh Mann, schade. Egal. Macht doch nichts. Satz mit X, das war wohl nichts. Ich habe einen Bogen bekommen. Danke dir. Ähm, Pfeil wäre noch. Okay, perfekt. Nice. Wahrscheinlich den Bogen, den ich ihm vorhin hingeworfen habe, ist Gold. Zack, zack, zack. Und dann holen wir uns noch ein paar Steinchen. Und am besten eine Spritzhacke noch. Habt ihr... Ja. Habt ihr schon gesehen. Ähm. Dankeschön. Thanks. Aber ich habe eine neue Tastatur, deswegen verschreibe ich mich zur Zeit so oft. Das ist... Das ist krass. Muss ich mir erst mal dran gewöhnen. Okay, Schmalooten ist schon wieder hier nachgejoint. Der kleine Schlingel, ey. Immer am Nachschönen. Rot ist keine Gefahr. Dann noch grün und dann easy win, oder? Ja, easy. Okay, komm. Nice. Nice, mein Team ist so gut. Ja. Muss ich mal Looten wieder weg. Und? Nein. Ich glaube, ich habe ihn übers Loch drüber geworfen. Okay, der ist auch weg. Nice, jetzt können wir uns easy rot holen. Ja, toll. Das macht ja gar keinen Spaß, wenn wir jede Runde so gewinnen. Leute. Ihr müsst doch auch mal... Ähm. Döhm, döhm. Ihr müsst doch auch mal gewinnen lassen. Hm. So, ist das rot? Ne, das ist gelb. Warte mal, hier ist rot. Oh, Alter. Die Shadowbären, die gehen schon ab. Ich könnte sie jetzt natürlich trollen, ne? Wenn ich hier so... Oh, Alter. Das geht ab. Ich will das Bett erbauen. Lass mich durch. Ja. Was machen die denn? Die haben nicht mal Rüstung an. Oh Gott, und dann bauen die auch noch das Bett so schlecht ein. Oh, wo ist das Bett überhaupt? Da vorne. Okay. Dann muss ich wohl oder übel eine Kiste wegmachen. Schade, ne? Und... Komm! Yeah, wir haben gewonnen! Yeah, pew pew! Fehlt noch einer? Wo bist du? Ich werde dich finden. Hallo. Wo bist du denn? Der ist bestimmt hier hinten. Oder er ist durchgerannt. Ne, hier ist er auch nicht. Hm. Wo bist du? Kann man hier hochgehen? Ich glaube nicht, ne? Der ist bestimmt in die Mitte gerannt oder so. Oder... Hä? Alter, er steht einfach da unten. Was ist mit dem? Stirb! Nice! Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Ich schreibe mal ein Danke und ein Herz. Alter, ich mach die ganze Zeit Screenshots, ne? Ich muss mal den Knopf irgendwie verlegen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat oder so. Oder schreibt mal Hallo. Ähm, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Die kommt morgen. Ich weiß nicht genau, was kommt. Irgendwas. Lasst euch überraschen. Und... Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020